Es ist nicht so lahm beim Tauchen, also im Singleplayer ist es ja da woanders. Ich bin ja da, ich sehe ja schon ihn, ihn haut schon ab und ihn sehe ich. Er schwebt da hinten. Oh jetzt kommen wir noch Boote! Jetzt sind wir im Arsch! Ah! Ich habe Geld verloren, hier liegt Geld rum, nimm es dir! Nö? Nö! Klar! 100 Dollar! Watt, ich klau mit Boot! Komm hier zu mir! Ich werde hier bin! Nein! Ich wollte mir das Boot klauen! Mit Bootstiften gehen! Also ich habe jetzt die Dings weg, ich habe die Bullen weg! Ich auch! Ich will das Boot haben! Onkel, blem mal da wo du willst, ich komme! Das Boot ist noch da! Das Boot ist noch da! Renn doch nicht weg! Was denn? Ich will das Boot haben! Ich renne doch nicht! Ich gehe doch... Wir rennen hier oben! Ja, ich gehe doch bloß den Kreis rum! Ich will zu crazy gehen! Ah, das Boot versucht! Ich habe ihn hier oben hochgeschossen! Was ist denn das? Oh! Gefank am guteniot arbeiten! Den habe ich schon rausgeschmissen für dich! Warte! Gekllos! So! Ja. Gut. Odin, da ist auch noch da. Kann aber nicht fahren. Boah, weil ich wieder drin sitze. Warum sitze ich nicht jetzt dran? Ich auch. Irgendwie sitzen beide dran. Na warte, warte doch nicht weg. Ich, wir fahren doch zu dir. Achso, na ich bin doch hier schon. Bin doch schon da rein. So, bin da. So, bin da. So, bin da. Es gibt Kanten. Die liegen ja noch die Bullen hier drin. Ja, macht auch nichts. Damit sowieso das mal Bullen wieder machen. Oh, schießt. Oh, die ist weg. Ne. Ne, ich bin hinten. Ich dachte, du bist drin. Ja, du darfst auch schießen. Guck mal, wie ist die Bullen hinten? Da ist alles geil. Ja, schießt doch mal die, die am besten Helikopter ab. Oh, da kann Helikopter. Oh, da kann Helikopter. Mit dem Dings ist das voll scheiße mit der Pistole. Achso. Ich hab ja die Ozi. Ja, die ist schnell leer. Die ist sehr schnell leer. Nein, den hab ich ja schon rausgeschossen. Ich weiß gar nicht, wie weit kann man denn hier fahren? Wir kommen ja auch nicht rum, den Helikopter jetzt. Das mal so weit rausfahren, wie es geht. Ja. Mach mal. Versuch mal. Gucken, was passiert. War nicht irgendwann so eine unsichtbare Wand, hä? Also wenn du tauchst, wirst du vom Hai gefressen. Was? Ja. Ja. Hab ich gesehen. Wenn du zu weit raus tauchst, wirst du irgendwann vom Hai gefressen. Dann komm mal an den Helikoptern nicht ran. Vielleicht macht das Schiff ja irgendwann bumm. Guck mal, das ist halt nächste. Guck mal auf dem Bett. Oh. Also weit geht's nicht mehr, sag ich dir jetzt schon. Ja, ein Hai kann uns ja nicht fressen. Überall in der Karte sind Verkaufsschilder oder was. Irgendeiner ist auf Pause. Ja. Ne, ich bin im Mühl. Also wirst du auf Pause sagen. Jetzt kommen da schon wieder Schiffe. Aber jetzt geht's gleich nicht mehr weiter. Und jetzt ist Ende. Ja. Ja. So. Warten. Da fahren wir grad erst aus der Map raus, würde ich sagen. Gibst du noch Gas? Ja, ja. Ja, wir sind jetzt außerhalb der Map. Also da kann ich nicht hin. Da komm ich nicht hin. Aber da kommt eure Boote. Boote hoch. Ja. Haha. Haha. Ich wollte sie jetzt immer noch verfolgen, ne? Kommt wieder ein Boot. Ja. Mit allem. Hahaha. Dann kommt das nächste Boot. Wo kommen denn die von einer anderen Welt oder was? Haha. Die springen hier rum! Was mich halt stört, ist das Vibrieren, wenn der hier aufklatscht. Warum? Ganz einen anderen Spieler, weißt? Bullen sie weg! Die haben sie auch schon aufgegeben. So, wir trauten sich jetzt ins Wasser zu springen, wenn die Bullen weg sind. Ich nicht! Soll ich? Boah, hier drüben sind noch mal Bullen. Ich sehe unseren Punkt nicht mal mehr auf der Landkarte. Doch, ich schon. Ich schon, musste rauszoomen. Ich werde erst mal die Bullen abhängen. Und wenn wir die abgehangen haben, dann noch erstmal hier rum. Achso, da oben, ja. Ach nein! Kommt der nächste. Ja, abgehangen. Jawoll! Jo. Ich schieße auch noch. Ha, Depp! Ruf lässt du an und bei den anderen Spielen Kopfgeld haben. Wir sind jetzt hier schon. Ja, was geht denn da so? Unendliche? Vielleicht kommt ja eine versteckte Insel oder so. Man wisst es ja nicht. Ja! Ja! Pfff! Bummer! Glaube ich nicht! Guck mal fahren! Ich wollte ja gerade sagen, wer springt denn mal ins Wasser? Ich nicht! Ich! Warte, 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 warte! Ich bleib stehen! Tauch mal runter und guck mal ob der Haar hier sind! Ja! Mal guck mal! Ja! Tauch mal runter! Geh nicht! Doch! Ist keiner! Ich kann aber nicht lange tauchen! Du kannst 1-2 Sekunden tauchen und dann fängt der Controller sofort an zu vibrieren. Wahrscheinlich wegen dem Druck oder so, keine Ahne. Ja! Ja! Aber... Ja! Cool! Jetzt liefern wir sogar Leute mit Munition durch! Was? Cool! Ich kann jetzt, äh... Ich krieg jetzt, äh... Aber von wegen da kommt ein Hai oder so? Von Mary... Von Maryweather... Kann ich jetzt anrufen und die liefern mich mit Munition. Da kommen dann schwimmen wir mal alle hier raus! Einfach aufs Meer! Ich hab's gesehen, dass da ein Hai kam! Klar! Ich will nicht... Ich will nicht durch ein Hai sterben! Ja, Odin weiß ja gar nicht, wie man schwimmt! Oder wie man taucht! Davon mal abgesehen! Weil er jetzt Story nicht gespielt hat! Seid nicht hier! Ich tauch grad nach unten! Na, pass auf, dass du schnell wieder auftauchst, denn... Nicht, dass du stopfst, weil das bringt ja auch nix! Äh, ja, äh, äh... Ich komm, versuch grad hochzukommen! Ich hebrir's schon! Oh, wieder hoch, 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 hoch! Oh! Oh, scheiße, ich bin tot! War nicht schnell, noch am Wasser! Boah, ich hab kaum noch Energie, Alter! Wir sind jetzt hier echt am Meer! Aufm Meer! Im Meer! Ich hab's gesehen! Ne, ich bin aufm Meer! Hier, Meer, Meer! Ich hab's gesehen! Vielleicht sind wir hinten am Strand, oder so! Ist ja doof! Aber hier ist ein richtiger Wellengang, Alter! Ist ja übel! Na, euch seh ich da hinten! Also... Du läufst im Wasser! Du bist gelaufen, Alter! Ohne Mist! Echt? Du bist eben gelaufen, wie auf nem normalen Weg! Also, dass mich gerade stört, dass der Wellengang immer derselbe ist! Der ändert sich nicht! Das ist grad komisch! Wie klingt mich denn aber jetzt aus? Ich werd jetzt ins Bububett! Alles klar! Herzschmerz! Der drückt auf den Brustkorb ganz schön und krieg schwer Luft und... Muss ich jetzt hier noch speichern oder einfach reicht, wenn ich rausgehe? Denk mal nach! Ist ein Online-Spiel! Achso, speichert hier online! Playstation Store! Oh! Oh! Noch nicht! Irgendwie ist das doof! Das geht ins Unendliche hier irgendwie! Ich glaub, das hört nicht auf! Oder hab das Gefühl nur ich! Das Boot ist auch noch weg! Der sagt, meine Dings gehen hier weg! Wenn ich das jetzt mache, dann gehen meine Speicher... Achso, jetzt kam was! Kurz vor Stufe 6 oder so! Du kannst doch gar nicht speichern hier! Ich kann nicht nur gegen ein Hai werden, also das ist gut! Ja, mit... Fosägen meine... Achso, Infosägen meine Stufe, wa? Ich hab's doch gesehen, dass der von einem Hai gekillt wurde! Fosäg dann bitte schön meine Stufe, bitte schön! Neben der Nahrer! Odin! Samstag! Bank Null! Target 5000! Das war's! Er steht da nicht! Abgesoffen? Ne! Okay! Ich muss mal auf die Karte gucken, ob ich überhaupt richtig schwimme! Wo schlimmst du denn hin? Oh! Der Punkt ist weg! Welcher Punkt? Ja, mein Punkt! Ja! Mein Punkt! Ja! Stufe 6 bin ich! Also ich bin noch auf der Karte hier! Wir schwimmen ja zum Ufer zurück! Crazy! Keine Ahnung! Ich sehe den Punkt nicht mehr! Ich sehe den Punkt nicht mehr! Achso! Na eben! So müssen wir schwimmen! Kann der Blume einladen? Der ist online! Wo willst du denn jetzt hinschwimmen? Das Ufer ist doch auf der Seite! Da hinten siehst du doch schon die Berge! Hä? Ich sehe keine Berge! Hast du gehört, Onkel? Ja! Ja! Du bist online im GTA 5! Kannst ihn einladen! Ich schreibe gerade den Skype mit ihm! Hab ihm gesagt, dass du ihn einladest! Dass ich mich jetzt genau... Ich will absaufen! Füllen wir jetzt mal nach unten! Füllen wir jetzt einfach mal nach unten! Abgesoffen! Ich bin auf jeden Fall schneller als zum Ufer zu schwimmen! Online ist ja... Was müssen wir machen? Was müssen wir machen, dass ein Hai kommt? Dann ist halt rausfahren... Dann irgendwann... Mitten im Ozean einfach... Kral ausschwimmen! Dann irgendwann kommt ein Hai! Was ist denn? Dann ist schon ein Kilometer weit... Äh... Äh... Gerade ausgeschwommen! Ach! Ausdauer habe ich jetzt einen Punkt bekommen! Boah! Ich bin jetzt gerade am überlegen... Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich mich daraus saufen lasse! Das geht doch nicht mehr schneller! Das geht doch nicht mehr schneller! Ich habe mir gedacht, dass es ja offline anders sein kann als online! Weil zum Beispiel... Taxi ist zum Beispiel auch komplett anders wie offline! Ne? Nur mal so als Beispiel! Ich bin das davon... Und das Smartphone ist ja auch nur bedingt da! Alles so Sachen... Ist halt alles gekürzt, weil... Ja... Online halt! Ich nehme aber auch viel dazu... Oder viel dabei, was man machen kann! Das ist auch das coole halt! Aber das coole ist, dass es in den Brillen nicht kommt! Was? Ja... Ich merke selber, dass der Online-Modus nicht ganz so ausgereift ist! Denn... Wenn ich etwas schneller fahre... Da kommt gar nicht ein Laden hinterher! Ja... Echt? Habe ich nicht! Ja... Ich bin einmal im Polizeiauto... Äh... Quasi über die Straße weggesprungen... Und... Und unter mir war... Nichts... Er ist gar nicht mit dem... Kartenladen... Netmode... Dabeigekommen! Du teubelst doch nicht überhaupt! Ich war etwas zu schnell aus dem Spiel! Ach ja! Ich muss ja mein Auto erst mal anrufen! Oh! Mein Auto...